So, mal wieder ein fluchtastisches Willkommen meine lieben Freunde hier zurück zum Nitrado Minecraft Winter Event 2017. Das ist jedes Mal eine Ankündigung und hier vorne liegt noch ein kleiner Keks, den nehmen wir gleich mal mit. Und da vorne ist noch einer, ich hatte nämlich zwischen den Folgen oder beziehungsweise vor der Folge ein bisschen Langeweile, bin hier ein bisschen rumgelaufen, hab ein bisschen im Chat geschrieben und hab zufällig diese beiden Kekse gefunden. Wir wollten uns jetzt ja auf den Weg machen in die Antike. Ich glaube wir gehen zuerst in die römische glaube ich und dann in die griechische und dann gibt es ja noch Ägypten. Also da wartet auf jeden Fall noch jede Menge Sachen auf uns. Und dort werden wir natürlich wieder gucken, dass wir erstmal die Erfolge abarbeiten und nebenbei natürlich den ein oder anderen Keks mitnehmen. Die können wir nämlich auch gebrauchen. Ja, römische Antike und rauf aufs Schiff. Und wir landen gleich mal im Schiff selber. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch Kekse geben kann. Das wäre relativ fies. Aber wir klettern jetzt einfach mal raus hier. Da ist der Steg. Gut, dann sind wir schon mal hier. Finde ich immer noch ganz cool hier. Und ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, dass es zwar die gleiche Karte ist wie vor zwei Jahren. Es sind auch hauptsächlich die gleichen Erfolge wie vor zwei Jahren. Aber zum einen sind die Kekse an anderen Positionen versteckt. Das heißt, die Kekse können per Zufall mal an der gleichen Position sein. Aber normalerweise sind die komplett woanders. Und auch bei den Erfolgen gibt es hier die Seite Sonstige. Die sind komplett neu. Die gab es vorher alle noch nicht. Zum Beispiel hier irgendwelche Spezialitäten essen auf dem Stadtmarkt. Auf dem römischen Stadtmarkt. Da sind wir gerade zum Beispiel. Die Weihnachtsbaum bei den Müllers aufstellen. Das müssen wir auch noch machen. Finde die Gemeinde, der Feste. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnte. Werden wir alles noch herausfinden. Ich weiß, dass man auf den Leuchtturm auch noch klettern muss. Das gibt, glaube ich, auch einen Erfolg. Das werden wir gleich mal machen. Aber erstmal gucken wir natürlich, ob sich hier vielleicht noch irgendwo ein Keks versteckt. Da sind garantiert genug hier in der Gegend. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht überall reingucken. Na gut, wir laufen erstmal weiter. Ich weiß jetzt übrigens auch mittlerweile, wie das Ganze mit den Geschenken funktioniert. Ich dachte ja immer, hä, wir haben ein Geschenk eingesammelt. Aber irgendwie passiert nichts. Wir haben nichts bekommen dafür. Nein, das Ganze mit den Geschenken ist so aufgebaut. Dass die Gesamtanzahl an Geschenken ausschlaggebend ist. Das heißt, wie viele Geschenke denn alle Spieler zusammen eingesammelt haben. Das zählt nämlich dafür. Ist das der Leuchtturm oder ist das der Leuchtturm? Ich glaube das, ne? Wir können aber trotzdem hier hochreiten. Einfach mal kreuz und quer. Kommen wir da hoch? Ja. Die Gesamtanzahl an Geschenken ist nämlich ausschlaggebend, wie viele Geschenke man verteilen kann. Das heißt, je mehr Geschenke alle Spieler zusammen gesammelt haben, desto mehr Geschenke kann man dann beim Weihnachtsmann tatsächlich verteilen. Das finde ich immer noch ganz cool gemacht. Ups. Da kommt man nicht mal mit einem Reittier hoch. Sehr, sehr Reittier unfreundlich. Ähm. Wir laufen einmal außen rum. Da könnte nämlich auch was versteckt sein. Habe ich es doch gesagt. Cool, dann haben wir gleich schon mal drei Kekse, glaube ich, gefunden. Ähm. Und jetzt können wir mal gucken. Na, da ist kein Keks. Dann gehen wir nochmal weiter hoch. Und dann gucken wir mal, ob hier oben noch was anderes ist. Da ist der Erfolg. Das sollte der Leuchtturm dann gewesen sein. Jetzt ist die Frage. Da war nämlich auch mal ein Keks drauf versteckt, glaube ich. Oder ein Osterei. Das war richtig fies. Aber hier scheint jetzt diesmal nichts zu sein. Dann gucken wir nochmal nach draußen. Ähm. Dann könnte hier vielleicht noch eins sein. Da ist er doch. Und jetzt müssten wir eigentlich wieder runter. Wir machen das mal anders. Äh. Irgendwo war doch da Wasser, oder nicht? War da nicht Wasser? Kommen wir da rauf. Ah, ich glaube, wir kommen nicht ins Wasser, ne? Das ist zu weit weg vom Wasser. Kommen wir da runter? Nein. Das schaffen wir nicht. Das überleben wir nicht. Gut, dann müssen wir wieder zurück. So selbstmordgefährdet bin ich auch noch nicht. Es geht noch höher. Ach, cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen eben. Ähm. Wenn da jetzt irgendwo ein Keks versteckt ist, das ist ja richtig fies. Da kommen wir nicht durch. Aber hier könnte doch noch einer sein irgendwo, ne? Das wäre echt mega fies. Aber ich kenne so ein bisschen ja die Entwickler und die sind manchmal echt fies. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber das scheint diesmal nicht der Fall zu sein. Oh, wir haben es überlebt. Überleben wir das auch? Ja. So. Kommen wir hier wieder runter. Wo ging jetzt nochmal die Treppe runter? Das ist keine Treppe. Da. Gut. Dann können wir hier runter. Kommen wir wieder raus aus dem Turm. Da ist noch einer. Da ist doch noch einer. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ja. So auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube hier können wir ganz einfach hochklettern. Genau. So. Cool. Dann haben wir die nämlich auch alle. Und ich weiß gar nicht, wo ging es jetzt noch weiter runter? Ich verlaufe mich in einem Turm. Das ist echt armselig. Da. Da ist die Treppe ganz normal. Die können wir runterlaufen. So. Cool. Dann haben wir hier schon einige Kekse gefunden. So. Ist hier noch was drauf? Ich habe die Befürchtung leider nein. Und wir überleben das Ganze nicht. Das sieht. Schaffen wir das? Ja. Schaffen wir. Gut. Cool. Dann haben wir das überlebt. Haben ein paar Kekse gefunden. Haben Erfolg bekommen. Nice. So muss es laufen. Und jetzt können wir uns hier mal in der Stadt umschauen. Ich habe nebenbei so ein bisschen die Dün-Map auf. Um zumindest so ein bisschen zu gucken, wo wir uns denn hinbewegen. Aber ich habe leider gerade keine Ahnung, wo sich denn genau was versteckt, was wir denn suchen müssen. Ah, hier. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Ach, sind die beiden Eltern geworden? Oh, kein Keks dahinter. Das ist schade. Ich dachte für das Kind ein kleines Kekschen. Schade. Gut. Dann müssen wir mal weiter. Ich finde das immer wieder cool gemacht. Das ist zum Beispiel auch eine Stelle. Die gab es definitiv vorher noch nicht. Also an die kann ich mich definitiv nicht erinnern. Deswegen überall in der Welt wurde auch ein klein bisschen was verändert. Das finde ich ganz cool. Da vorne ist so ein riesen Kolosseum. Da könnte man dann auch noch mal rein. Aber wir gehen jetzt erstmal hier am Hafen weiter. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht unterwegs den einen oder anderen Keks finden. Aber irgendwie. Was ist denn das für ein Haus? Ist das irgendwas Besonderes? Ne, ne? Anscheinend nicht. Ist da ein Keks drin? Nein. Da auch nicht. Das ist immer das fieseste. Wenn die im Feuer versteckt sind, dann findet man die auch nicht so einfach. Da vorne ist ein Turm. Da müssen wir nochmal hin. Das ist dieser Leuchtturm, ne? Den ich eigentlich dachte, dass das ein Leuchtturm sein könnte. Ich sehe gerade überall Kekse. Aber das sind dann immer keine Kekse. Ich träume schon von Keksen. Das ist echt armselig. Kekse. Gut. Aber wir gucken mal hier rein. Ich weiß gar nicht, ob es hier... Wir gehen mal außen rum. Das ist nämlich immer so ein beliebtes Versteck irgendwo hinter. Da ist auch nichts. Gut, dann gehen wir mal den Turm hoch. Und dann hoffen wir, dass da oben irgendwas sich versteckt. Ich finde die Welt an sich ja ganz schön gemacht. Und es macht auch Spaß, die Welt zu erkunden. Es ist vor allem ja die Welt von vor zwei Jahren. Das heißt, man erinnert sich an vieles gar nicht mehr so genau. Aber trotzdem wäre halt eine neue Map echt mal wieder ganz cool. Ja, da hat sich dann gerade mal kurz mein Aufnahmeprogramm verabschiedet. Das ist irgendwie abgestürzt. Normalerweise hatte ich dieses Problem noch nie. Aber jetzt geht es hoffentlich ohne Probleme weiter. Und wir gucken jetzt mal da hinten irgendwo. Und ich habe jetzt mittlerweile auch herausgefunden, warum es denn schon wieder eine gleiche Karte gibt wie vorher. Es sind einfach zu wenig Leute aktuell im Bauteam. Das heißt, die haben gar nicht die Leute, um halt eine komplett neue Karte zu bauen. Das dauert natürlich, das braucht auch einige Zeit. Es braucht Erfahrung und so weiter. Ach, hier ist noch so ein zweiter Turm. Gehen wir da auch nochmal rauf? Dann muss da definitiv was versteckt sein. Bestimmt einen Keks oder so. Also gucken wir erst mal wieder hier hinter. Auch diesmal ist dahinter nichts versteckt. Ja, und Nitrado veranstaltet ja aktuell auch noch ein kleines Bauevent. Wo man ja selber als ganz normale Person ein bisschen was bauen kann, was eventuell dann in ein Nitrado Event übernommen wird. Ich verlinke euch das Ganze in der Videobeschreibung. Also wenn ihr Bock habt, da vielleicht mal ein bisschen was zu bauen, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Und ich werde dazu die Tage auch nochmal ein extra kleines Video machen. Und hier oben ist ein Keks. Ach, wie cool. Hier könnten wir jetzt eigentlich ins Wasser springen, ne? Schaffen wir das? Überleben wir das? Ja! Batsch! Jetzt ist die große Frage, wie wir aus dem Wasser wieder rauskommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, oder? Doch, da vorne. Ach, cool. Eine kleine Abkürzung. Das ist auch immer ganz nett. Dann haben wir jetzt in dieser Folge schon einige Kekse gefunden. Aber bisher einen einzigen Erfolg. Das müssen wir dann auch mal ändern. Ich weiß auch nicht, was diese Riesengeschenke bedeuten. Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Da auf den Schiffen war auch immer mal irgendwas versteckt. Es gab, glaube ich, auch früher mal einen Erfolg dafür. Aber ich glaube aktuell nicht. Bin mir da aber gar nicht ganz sicher. Werden wir Wendern aber später machen. Das ist nämlich jetzt zu aufwendig. Wir wollen jetzt erstmal hier hoch. Und dann hier oben rein. Das ist nämlich so eine Art Kolosseum. Oder so. Und da unten sehe ich doch schon den Keks. Kommen wir da rüber? Ja. Ja, mit dem Reitier kann man so vieles abkürzen. Bei diesen Events. Man kommt auch an Orte, wo man eigentlich gar nicht hin soll. Das ist manchmal auch ganz lustig. Man kann auch irgendwo drin stecken bleiben. Das habe ich auch schon geschafft. Das ist dann auch nicht so lustig. Aber ansonsten. Ja. Gibt es hier leider diesmal keinen Erfolg. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir denn hinwollen. Erstmal durchs Fenster rein. Wir passen nicht durch. Ferdi, Esel, du hast wieder zugenommen. Du solltest unbedingt mal Diät machen. Eseldiskriminierung. Erstmal die Toilette. Hier scheint echt gar nichts zu sein. Gut. Dann können wir uns jetzt mal zu den großen Gebäuden begeben. Wenn wir denn hier irgendwo durchkommen. Ähm. Ja. Das scheint ein bisschen längerer Weg zu sein. Und was macht ihr so? Ich laufe hier irgendeine Straße entlang. Drei Jahre später. So. Dann kommen wir hier nämlich rum. Und da haben wir mal wieder so ein kleines Geschenk. Hui. Cool. Wir sind bestimmt noch mehrere. Weil hier glaube ich. Denke ich. Relativ wenig irgendwer langläuft. Und wir können noch weitere zwei Geschenke verteilen demnächst. Das werden wir dann auf jeden Fall auch noch machen. In einer der nächsten Folgen. Wenn wir mal wieder zurückkommen in die normale Stadt. Dann werden wir das machen. Und da ist ein Keks. Hui. Der ist ja mal. Recht einfach versteckt. Und das ist das große Kolosseum. Das ist mega cool. Das gefällt mir. Und gibt es dafür einen Erfolg? Ja. Gladiator. Hier drin Kekse zu finden ist auch gar nicht so einfach. Das ist übel. Übel. Vor allem auch mit dem Kompass. Weil die können ja echt auf jeder Etage sein. Und überall. Ich weiß gar nicht ob hier in der Mitte immer einer war. Da. Das ist zwar glaube ich nicht genau die Mitte, aber da ist auf jeden Fall einer. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier glaube ich wieder rauskommen. Ja. Ich werde jetzt die Tribünen und so nicht alle absuchen. Das werden wir später machen. Wir wollen ja erstmal die Erfolge haben. Und da drüben müsste gleich das nächste große Gebäude sein. Das ist glaube ich so eine Art Rennbahn oder so war das. Bin mir da gerade gar nicht sicher. Es ist auf jeden Fall groß. Sehr groß. Das finde ich bei den Nitrate-Events auch immer sehr cool. Die Gebäude sind halt echt teilweise gigantisch. Da kann man sich schon wirklich drin verlaufen. Hier brennt schon überall wieder alles. Keine Ahnung. Von Magma verschont. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Tempel darstellt. Wir können auf jeden Fall hier hoch. Da können wir raus. Hier können wir auch hoch. Das ist groß. Und viel, viel Lava. Och, ich weiß noch, dass hier irgendwo oben drauf teilweise letztes Mal Kekse versteckt waren, glaube ich. Das war richtig fies. Und auf dem Dach gab es auch noch irgendwo Kekse. Das ist auch... Ich glaube, da oben irgendwo drauf waren dann teilweise Kekse versteckt. Da kam man dann nur über irgendwelche Umwege oben rauf und so. Das war echt übel. Wir wollen jetzt aber eigentlich hier wieder... Da. Braber Esel. Er hat es überlebt. Oder auch nicht. Ist er jetzt tatsächlich gestorben? Egal. Spawn war neun. So. Ich wollte jetzt nämlich nochmal gucken. Ich glaube, diese Statuen hier sind auch neu. An die kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Und hier gibt es auch noch so kleine Gärten, kleine Brunnen. Und da drüben diese riesen Statuen. Die sind auch echt mega nice. Jetzt ist nur die Frage, ob hier überhaupt irgendwas versteckt ist oder ob ich jetzt hier umsonst hinlaufe. Einen Keks wenigstens hier bei so einer Statue. Das wäre doch nicht schlecht. Hallo? Kein Keks, ne? Nö. Kein Keks, kein Keks. Gut. Da oben wird aber hoffentlich einer sein. Damit wir hier nicht ganz umsonst hergelaufen sind. Das ist so übelst riesig. Wir sind gerade mal so zwei Blöcke hoch. Und das sind bestimmt 30, 40. Oder noch mehr Blöcke? 50? Hier ist immer einer versteckt gewesen. Das weiß ich noch. Aber diesmal tatsächlich nicht. Sagt mir jetzt nicht, hier ist gar nichts versteckt. Dann. Normalerweise gab es hier hinten nämlich auch noch einen zweiten Erfolg. Den gibt es anscheinend diesmal auch nicht. Und anscheinend auch absolut keine Kekse. Leute. Was ist hier los? Das geht ja mal gar nicht. Jetzt ist die Frage, ob wir hier auch irgendwo außen wieder rauskommen. Oder ob wir tatsächlich einmal komplett rumlaufen müssen. Da hätte ich tatsächlich jetzt nicht so den Bock drauf. Hier ist gar nichts. Hier auch nicht. Hilfe. Warum ist hier gar nichts? Gehen wir jetzt hier mal hoch. Allein auf der Tribüne. Da sucht man sich auch dumm und dämlich. Selbst wenn man die Kekse ganz gut erkennen kann. Und ich glaube, wir kommen hier tatsächlich nicht raus. Ja. Auf dem Weg nach draußen habe ich mir gedacht. Ich habe schon bei der anderen Tür geguckt. Dann gucken wir doch auch noch mal auf der anderen Seite. Und tada. Da befindet sich noch ein Keks. Den können wir dann mitnehmen. Haben wir immerhin zwei Stück hier drin gefunden. Ich denke mal, viel mehr sollte hier auch nicht sein. Obwohl der Kompass schon wieder ausschlägt. Dann können wir dem Kompass ein bisschen folgen. Dann können wir das ein bisschen benutzen hier drin. Und der zeigt tatsächlich in diese Richtung. Da liegt der Keks mitten auf dem Weg. Das ist nicht euer Ernst. Und hier scheint noch einer in der Nähe zu sein. Oder? Der Kompass hat sich wieder einbekommen. Aber ich hoffe, dass wir hier bald alle drin haben. Das ist nämlich... Aber so ein Riesengebäude, da können bestimmt einige drin sein. Und ich wollte ja eigentlich gar nicht groß Keksen suchen. Sondern Erfolge. Aber irgendwie... Ähm... Da ist der nächste Keks. Cool, dann haben wir gleich einen. Und jetzt zeigt der Kompass wieder in die Richtung. Oder auch nicht. Der kriegt sich immer noch nicht ein. Das heißt, hier ist noch irgendwo einer in der Nähe. Aber wahrscheinlich draußen, würde ich sagen. Gut. Ich begebe mich mal kurz raus. Weil ich glaube, dass wir hier nirgendwo rauskommen zwischendrin. So. Nach gefühlten drei Jahren sind wir dann auch endlich mal wieder draußen. Und können uns noch so ein bisschen weiter auf den Weg machen. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht mehr allzu viel machen. Aber so ein paar Gebäude werden wir noch abklappern. Und zwar haben wir hier vorne noch ein cooles. Hier kann man so rein. Da hinten ist noch ein Weihnachtsbaum. Ähm... Hier ist ein Shop. Kann man da irgendwas kaufen? Nö. Leider nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass jetzt hier irgendwo auch wieder ein Keks drin ist. Sieht man immer mit Reit hier so schlecht. Deswegen machen wir das mal ohne. Und da ist tatsächlich... Nö. 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 Bauertor, glaube ich, was drauf war. Aber diesmal anscheinend nicht. Gut. Dann geht es wieder weiter. Ha, ha, ha. Hier neben ist nochmal genau das gleiche Gebäude. Und dann ist doch bestimmt hier diesmal irgendwo ein Keks. Den können wir dann mitnehmen. Da. Ist er doch. Wupp. Ja, da oben gucke ich jetzt gerade nicht drauf. Es reicht erstmal. So. Zum Weihnachtsbaum können wir uns noch begeben, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir denn da am besten hinkommen. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Einfach hier durch. Abkürzen. Da ist der Weihnachtsbaum. Ach, wie cool. Ach, da ist wieder das große Kolosseum. Und hier ist doch bestimmt irgendwo Hexe Befana. Die müssen wir, glaube ich, auch suchen für eine Mission. Da bin ich mal gespannt, was wir da machen müssen. Hallo? Hallo? Hexe? Ähm, wir gucken mal kurz nach. Wir müssen irgendwas mit der machen. Ich weiß nur nicht, was. Ähm. Ähm. Eine Bohnensuppe, etwas Roggen und ein Stück Brot. Nö. Hexe Befana gibt es anscheinend nicht. Okay. 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 Gut. Mit der Hexe kann man nichts machen. Oh, das ist eine andere Mission vorne. Aber die will ich jetzt nicht alle durchgucken. Werden wir dann später herausfinden. Vielleicht kriegen wir irgendein Item, was wir zu der bringen sollen. Und ich würde sagen, wir schauen es dann in der nächsten Folie nochmal um. Wir haben hier noch ein bisschen was in der römischen Antike. Dann geht es rüber in die griechische Antike. Und da gibt es auch noch einige Sachen zu finden. Und ja. Mal gucken, was wir hier noch so entdecken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und immer schön fruchtig bleiben. Ciao. Ciao.